Der Hey, ja, grüß dich! Grüß dich! Guck doch mal die Scheiße an hier! Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Voll die Delle, keine Ahnung, wie kriegst du das wieder raus? Ganz einfach! An den Auspuffrand gehen und voll reinpusten, dass die Delle wieder raus geht. Und das geht? Na klar! Cool! Tschüss! Guck mal, was ist denn das? Der Unfall? Das geht gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken, ne? Du doch, was machen Sie denn hier unter dem Fahrzeug? Oh ja, ich hab ne Delle in mein Auto. Mein Günter hat gesagt, das könnte ich einfach wieder rausblasen. Kann ja gar nicht gehen. Warum? Da hat doch die Scheibe noch auf! Was? 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 Ja! ersf Was? Was?